Die Z1000 ist unser nächstes PS-Tuner-Bike. Da haben wir uns die Problemzonen mal angeschaut und sind immer wieder auf die Erstbereifung gestoßen. Da haben wir uns mal ein paar Tourensport-Reifen geholt, ein paar unterschiedliche und auch einen Satz Superkleber, um mal zu gucken, was allein durch die Reifen da wirklich geht. Die Z1000 ist von Haus aus schon ein kräftiges Motorrad mit den rund 140 PS. Wir haben uns aber ein paar elektronische Systeme kommen lassen, um vielleicht das ein oder andere PS noch rauszuholen, um mal zu sehen, was steckt noch in dem Motorrad drin. Das Ganze werden wir dann am Prüfstand ordentlich abstimmen und dann auch mal im Fahrversuch testen. Das Ganze werden wir dann mal ein paarardenrebreniensten. Und dann, wir wenn die Z1000 standdaten benötigt haben, dann für die Z1000 ist die St-Tuner-Bike. Das Ganze werden wir uns 300-D cross-cassieren. Das Ganze wurde in der Luftgeburt. Das Ganze wurde in der Luftgeburt. In der Luftgeburt mit den Fünn-Lüttern. Dann können wir uns auch mal ein bisschen Lourensport gemacht. Das Ganze wird reinigungsvoll. Now werden wir in der Luftgeburt auf, Das Thema Endschalldämpfer greifen wir an. Da haben wir uns ein paar Systeme ausgesucht, die wesentlich besser aussehen als die originalen und natürlich der Klang und auch eventuell ein bisschen mehr Leistung ist für uns ein Thema. In der Rubrik Nice to have haben wir Sturzbets, Verkleidungsdämpfer, Teile, Fußrastenanlagen und noch ein paar andere feine Goodies. Schaut's raus, können wir zu sehen? Entspann dich, du kannst schon noch genug zum Fahren. Mitnidippe vom Kelga Etwa Linsam Die Between llam D D Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020